So, Sonntagmorgen, 22.07.2012, bei etwas diesigem und feuchtem Wetter, wollen wir einfach nochmal einen Schlepp machen und ich möchte nochmal ein bisschen ein Kameraflügel machen mit meiner ASH26, 4,80 Meter von Reinhard Schüler, ja und hoffe, dass das auch was wird, mal von der Position her gucken. Morgen. Morgen, Falk. Den kannst du anlaufen heute, es ist noch recht frisch, Falk. Das ist der, wie heißt der schön, der deutsche Sommer. Ja, ja, für drei Tage. So, jetzt muss ich den Flieger wenigstens auch mal filmen, wenn dem da immer die Rede ist. So, okay. So, jetzt schauen wir mal. Ach so, Ostkampel, der Kamerapraktive, wieso tut man es ja vorher leider nicht, aber... Habe ich schon gemacht, ja. K680. Genau. Was ist das denn? K8B. Ach so, der hat K680 wieder. Nein. Den Kuhrad, der hat die falsche Ausdruck. Klingt ja schon, wie wenn du das falsche Modell im Sinterkitt hast, oder? Dromader. Werdel, es ist halt noch früh. Ja, Dromader. Das wäre auch was gewesen, oder? Dromader. Dromader K8. Hey, ist da noch feucht. Mann, oh, 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 oh. Mit Sonnenbrille, oder? Ja, das hätte ich sagen. Trotzdem, ja. Mit Sonnenbrille. So, also legen wir sie mal ins feuchte Gras. Ja, das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ja, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Okay. glosses for hours. Genau. So, yeah. сделал the f States. Soll ich kommen? Soll ich den Holger halte? Soll ich den Holger halte, dass er eine Robelle kam? Oder eine Robelle, da muss ich wohl ein geiles Zeug fahren! Ja, was ist denn, der Buch? Meine Kamera läuft! Sonst kriege ich 10 Minuten drauf, da muss ich uns ein 2-Minuten-Buch machen! Die Weike kommt immer wieder. Mann, hey! Ja, ich hebe, komm, komm! Gute Morgen! Ja! Gleit auch! Gleit auch! Gleit auch! Gleit auch! Ich hab's jetzt noch mal schräg nach vorne, weißt du? Ein bisschen über die Aufbrechen hat's ein bisschen schräg. Ja, unten gerade, ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich hab's ja eigentlich aber da oder so. Ich hab's schon mal gehört, ja, war dann schräg. Und ich hab's noch nicht so kippen gehört, weißt du? Ich hab's letztes Mal, ich hab's jetzt Hauptsache und der Flügel rechts. Ja, ja, ja. Das muss man halt auch optimieren, genau, ja, ja. Ja, ja, ja. Und ich hab mal die Neigung des Fahrt. Ja, ja, ja. Du musst mit euren Schrauben festmachen, weißt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, da können wir mal machen. Ja, ja, gell. Das ist schon, ja, ja. Ja, siehst du, aber weißt du, wie sich das drauf spiegelt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, richtig, richtig schöne Dingens, ne? So, du bist voll weg. Oh, weg! Ja, 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 ja. So, da kommt noch einer. Oh, weg, weißt du, ich sieht auch nicht so. Wirklich so! Weißt du, was dann kommt einer vom Ritter hoch, ne? Ja, ja, ja. Da bin ich aber voll drinnen. Naja, ich sehe noch. Der könnte sich ganz so anders auskommen, obwohl ich den kann. Aha. So, in der Kammer. Gut, in der Kammer zu hauen auf. So, jetzt endlich. Oh, ich bin schon wieder weg. Echt? Naja. Da sind immer noch unter Wolken, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da kommen wir mal. Hier auch noch nach. Das ist nass, gell. Ja. Das ist nass, gell. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Bis die Wolken weg sind. Bis die Wolken weg sind, ja. Ja, ja. Ja, machen wir bloß. Okay. 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 Wrap her. Duo. Und dann, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020